Ja, Hübscher. Sind Sie fertig? Ähm, ja. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Piloten-Daseins kennenlernen, den Titan. Fordern wir einen an. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Das ist nur eine Simulationsschütze, nicht die Wirklichkeit. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Ja. Das ist mein Partner, BT. Vanguard-Klasse. Hi. Militärtechnologie-Marke Eigenbau. Oh, nice. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nice. Nur zu, Schütze. Fordern Sie Ihren ersten Titan an. Ja, wenn du meins. So ein epischer Moment. Ich muss es in einem Simulation machen. Da oben am Himmel. Da ist er. Noch. Okay, Schütze. Klingt, als wäre die Kacke am Dampfen. Oh, nice. Ich hole Sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon. Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir. Alle Mann auf Gefecht. Ähm. Das ist keine Übung. Aufpassen. Die töten uns. Jedenfalls versuchen Sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben Sie den Dreh raus. Sehr nice. Wir machen einen Piloten aus Ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lass die Moser. Anderson. Wir sehen uns da unten. Wir sehen uns heute in den neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar da raus. Läuft, ne? Darf ich auch umgehen raus? Wir sehen uns da unten, Schütze. Nice. Viel Glück. Bis denn. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Danke. Ja, dann gehen wir raus, ne? Äh, normal. Na klar. Äh, dann kannst du entscheiden, warum wir mitgelegen. Alles klar. Freut mich. Der Absolvent. Ich bin begeistert. Schatz, ich bin der Absolvent. Bist sehr toll. Danke. Nein, nein, ich bin nicht sehr toll. Ich bin der Absolvent. Mhm. Mhm. Braw and Brawdsword. 19 minutes later. Planet Typhon. Mission in Santerie Unterstützung für geheime SRS-Operationen. C besetztes Grenzlandgebiet. Hübscher Planet. Die Lade-Sequenzen sind exorbitant. Möchte ich fast behaupten. Respawn Entertainment presents Annoid. Und so. Duh. Titanfall 2. Entschuldigung. Hibisches Schwerponsiho. Oder ein Strich. Der Musker ist zurück. Das ist ein riesig. Das ist ein riesig. Das ist ein riesig. Das ist ein riesig. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt, bei der Werbung wurde immer gesagt, ich wollte nie ein Pilot werden, der sollte niemals bei den Titan sein. Jetzt werden wir zum Piloten ausgebildet, ich dachte erst so, dass wir schon Pilots sind und wir in den Ruhestand sind und am Frieden. Kennziffer 2131. Danke. Stabilisieren, Landzugwetter in Höhen unter Abtreibung. Temporäre Nebenwirkungen. Kein Spitzel, Ordination. Jetzt aber jetzt ist es so, dass wir werden zu einem trainiert. Das ist die Vorgeschichte und dann kommen wir später irgendwie nachdingen und Zeitsprungen, dann sind wir doch Gegenteil und sowas. Ich mag hier so diese K.I. Viecher nicht. Ich bin so gut, wenn ich so zu schüren habe. Ebenfalls nicht im anderen Gegenteil. Wir brauchen keine Titans. Wir brauchen Schinken. Wir dürfen sich festnageln lassen. Dann sollen wir auch noch mal machen. Hier ist Captain Lastinosa. Ich habe ihre Position. Bin unterwegs. Ich hab gar keinen... Wow! Liga! Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Ich sehe immer so aus. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Bester Moser. Feind Titans stehen auf sich. Apex Predators. Verstanden, B.T. Seltener. Unten bleiben Cooper. B.T. Los! Ah, Mr. Evercool. Nein! 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 Ah, typische Sequenz. So unmächtig sehen den bösen Boss. Der hat sich mal heute gerade noch gespuckt. Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Ich bin weg meinem Kopf. Ich lache mich. Hey Richter! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkern. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlen. Vorwärts! Mhm. Oh, irgendwas. Was ist das? Ah! Nein! Ich lebe! Ich lebe noch! Kollege! Ich lebe noch! Genau! Seid euch! Du bist hier miteinander! Ich lebe noch! Ticker! Du lebst! Ich komme! Ah! Bleib mir! Ich helfe ihr hoch! Ah! 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 Nein! Nein! Komm jetzt! Ich unterstütze dich! Oh, da gibt's noch. Komm, Diga. Komm hoch. Nein, tu's nicht! Nehmen Sie meinen Helm und meinen Jump-Kit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf! Ich kann doch nicht looten, Digger! Ich kann ja meinen eigenen Kameraden looten. Wird nur aktualisiert. Pilotenhelme. 0 von 2. Ich wollte schon immer Pilot werden, aber nicht so. Captain Lastimosa ist im Einsatz gefallen. Die James McArm wurde abgeschossen. Der Rest der 9. Viertel ist auf Rettungskapseln verteilt, die jetzt überall auf Typhon abstürzen. Vielleicht konnten einige der Großschiffe entkommen. Aber wissen kann man das nicht. Das ist feines Land. Und die IMC wird nach uns allen suchen. Bam! Wir kommen im Team. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf diesem K ostentengthen. Wir freuen uns auf die Mitte und dann mal auf. Herr, wir haben noch ein paar- Mit wir ab. Energieniveau niedrig, Energie unzureichend. Energieniveau niedrig, Energie unzureichend. Ich kann auch nicht ruhig. Wir halten ihn aus, bitteschön. Krieg ich den? Ich kenne sogar die ganze Zeit Sausti, Alter. Die sind voll cool. Okay. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Gut. Ich war den einzigsten... ...tot. Ich bin ins Wasser gefallen. Stimmt, ich bin Gamer. Ich bin ins Wasser gefallen, ist doof. Moment. Was? Ja. Was ist denn da oben? Ja. 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 Die Lade wird transferiert, es gibt eine neue Töne, die da ist. Blitz will, dass die Feuerbasen mit vier Regimentern gesichert werden, bevor die Drakons in die Uhr springen. Dann wird schon noch fahren. Die Milit sind auf dem Weg zum IMC-Sender an Position 772981. Verstehen. Taten der Händler vom 2. Infanterie-Regiment der Milit. Sie hören sich auf. Sie kommt durch die Aufbereitungsanlage zu Ihnen. Ah, was Großes. Ich habe das Bandeln dahinten. Ah! Ah! Ich bin einer der linken Art gekommen. Einbringlinge der Milit hier spricht der große Marder von der Interstellar Manufacturing Corporation. Sie verstoßen gegen Dirgendes Rechten. Sie bilden Ihnen eine komprettliche Anvestie an. Ergeben Sie sich bei einem IMC-Sender. In der Arbeit besteht nur die IMC-Sender. Was willst du denn? Oh! Es ist ja egal, wer die Begriff ist. Es ist ja egal, wer die Begriff ist. Ein Mann, aber wir einfachen Soldaten und nicht immer den Chefzeugen. Und dann kommt das Ding in den Tag, den Tag ist nicht online. Seidst du es stimmt? Was will ich über das Ding sagen? Aber er soll ich hier... Nein! Hau! Das riecht schnell. Schnell und präzise. Von allen Milizstreitkräfte in diesem Bereich. Wir werden Sie finden. Legen Sie sofort die Waffen nieder und ergeben Sie sich. Leisten Sie keinen Widerstand. Bewaffnete Militangehörige werden sofort erschossen. Aufpasst, hier ist irgendwo ein Militpilot. Das ist noch ein Überlebender. Erledigt ihn! Vorsicht, feindliche Piloten! Kam der in her! In einer EU-K�in accompanisse- Ausностьまだ schwerer und 300a Leichter- Erlukt wirklich mitteilung.